Musik Es ist wieder so weit, Kurt. Die halbe Stunde ist vorbei. Gut. Dann wollen wir mal wieder. So, das waren zwei. Und das ist die Diebste. Los, Mann, gib sie! Endlich, Mensch. Seit halb zwei bin ich gefesselt. Und jetzt ist es 36 Uhr. Vier ist es, Rudi. Vier. Aber du wirst dich schon wieder erholen. Nach meiner Uhr ist es 36. Alle halbe Stunde sechs in die Fresse. Sechs mal sechs ist 36. Schweine. Vorwärts! Binden wir sie zusammen. Wir müssen zurück. Warte. Wo sind die Diktathefte? Ich seh nichts. Du musst genau hinschauen. Die haben sie von meinen Augen verbrannt. Da wird sich dein alter Freund. Au! Da hab ich noch mal Schwein gehabt. Ich stifte eine Urne für die Asche. Willst du den Brüdern noch schnell ein paar verpassen? Nö, verzichte. Rudi, du gehst sofort nach Hause. Und wenn dein Vater nach den Diktathäften fragt, sagst du, du hast sie in der Penne vergessen. Und beim Friedl warst du Essen. Okay. Und vergiss ja nicht, satt zu sein. Klar. Was machst du denn da? Komm, die Asche nehmen wir mit. Die Asche? Los, in die Milchschütze. Da. Schnell. Jetzt nichts wie weg.